Willkommen zurück mit mir, dem Drake zu Fallout 4. Wir machen uns jetzt wirklich mal straight auf Richtung hier leuchtendes Meer. Lassen uns hoffentlich nicht mehr allzu oft ablenken. Die Quest da hinten, ich habe nochmal geguckt, ich weiß nicht wo die sein soll, ich muss extrem blind sein. Das ist die Andrew Station gewesen. Ehe eine Quest, war also ganz cool. Aber war halt auch nichts Besonderes, wieder eine Menge Mobs und ein Kill. Übertrieben, besonders war da nichts. Hier habe ich gerade einen Militärstützpunkt entdeckt. Ich! Ha! Zutritt nur civilisiertes Personal. Aus gründen der nationalen Sicherheit werden Zivilisten und nicht der Armeen gehörten Familienmitglieder abgebildet. Ich wiederhole. Ausgemussteter Panzer. Zumindest das, was die hier als Panzer bezeichnen. Der hat ja was cooles. Eine Plasma-Pistole. Die erste seiner Art, deswegen nehme ich die einfach mal mit. Kontrollschlusspunkt Süd. Aktuelle Befehle. Ach, ist nicht wichtig. Ist einfach nicht wichtig. Das brauche ich auch nicht. Ja, safe. Oh. Verdammt nochmal. Ja. Schusswappen verursachten Dauer. Wird wiederholen. Okay. Das war wichtig, dass ich das gefunden habe. Ihr hält auf einmal die Fresse. Oh, ich bin überladen. Fuck. Warum geht das immer so schnell? Ja, weil ich alles wegnehme. Äh. Achso, es war schon nachgewicht sortiert. Die scheiß Schaltmaschine muss weg. Ist einfach zu schwer. Ach, jetzt geht es wieder los. Alter. Gut, haben wir das. Warum backt das denn manchmal so? Kann ich nicht abschließen. Abschließen. Ich kann mir also einfach nur weiter auf den Sack gehen. Da bin ich also raus. Hier ist irgendwelches Farmland. Johns Schrottplatz. Das wäre ein guter Kampf. Da draußen. Irgendwo. Hohrende Wiederspielstreich. Mein Gott, das ist egal. Wirklich nicht gelieb. Weg. Weile Menschen zu. Hä? Nein. Dafür du bezahlen. Oh, der hält was aus. Geht um. Alter Schwede. Wo ist der andere Dude, der mich die ganze Zeit beballert? Ach ja, da oben. Da. Da hinten. Alter, der hat ja wohl. Öh. Der ist nicht alleine. Hä? Da sieht man hier, wer ihn. Alter, was die weg tanken. Das rumszauert war in allen Ecken. Ach, weil da vorne auch noch einer ist. Oh. Oh. Wow. Gut, der ist down. Der ist auch down. Oh. Blödes Zylinder. Da ist noch einer. Wo bin ich. Wow. Aua, aua, aua. Oh, wow, wow, wow. Wie kann denn der mit dem Ding so schnell laufen? Oh. Was ist denn das hier für ein Gebiet? Da ist ja auch noch einer. Können wir hier nochmal irgendwie raus und ganz von vorne anfangen. Einfach hier kontrolliert. Da steht ja selber noch einer. Ey, der haben wir in seiner. Ja, alter Schwede. Okay, der hat mich auf die Eier. Wie weit will der mich noch verfolgen? Ja, alter. Was ist denn mit dem nicht richtig? Verfolge mich jetzt bis zum Samstag, nehm mal ein Star, oder was? Also nein. Wie sinnlos das gerade ist mit dem. Wie ich denn einfach auch null Schaden mache. Wie hat denn der Schuss jetzt nicht erzählt? Oh, Mann. Äh, auf welche Distanzen die die Scheiße werfen können. Ja. Wollen die auch mal wieder aufhören? Ich meine ja nur. Wollen sie immer noch schießen, schießen, schießen. Wenner weniger von den Bastarden. Na, der habe ich ja Hornissenest gefunden. Was denn jetzt? Blöder Yogi Bär. Oh, fuck, 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 fuck. Warum ist der jetzt auch noch sauber auf mich? Hallo, was ist denn da hinter das Ziel? Ja, hallo. Kann der auch mal ordentlich Schaden nehmen? Alter. Haben wir uns jetzt. Falsche Wumme. Die auch brauche ich. Oh, ich war ja so schon überladen. Der hat auch bloß Stahl. Brauche ich nicht. Warten das jetzt schon wieder für einen Punkt hier. Damit hier mal die Raider platt machen. Damit hier mal die Supermutter hinten platt machen. Dann sehen wir uns jetzt noch. Das ist ja so. Da. Hallo? könntest du mal versuchen wenigstens ein bisschen geradeaus zu schießen wow diese jetzt nicht vorweg schnauze hier so nur noch euer vaga vaga boss rumhängt man kann doch nicht sein dass die so viel aushalten was ist denn da nicht richtig weil das andere kippt innerhalb von sekunden und die kriege ich nicht kaputt selbst mit einer power rüstung nicht um ich hier rein mit dem ding ja dann ist es ein grund warum die sich hier so verschanzt haben denn ja was ist irgendwie weg von was ist irgendwie weg ich dachte das war kein feind ist der boss von denen ach das ist nicht so geil ich hab ihn glücklich gefunden ich hab ihn ah jetzt war schwede was der da und kackt ganz gemütlich du mutanten arm schutz ist nicht so geil aber mhm tja loot patronen sind cool schichten aus junk town ja dann hat sich ja wenigstens was das sein hat sich ich weiß nicht was das da hinten war aber es ist tot gut wir haben aber wieder ja nicht geschafft in der folge überhaupt nicht sehr gut wie immer ach nee ein kampf hier irgendwie extrem viele stim packs verbraucht ich hab davon ja auch hier noch also was soll's was soll's ich bringe die nur schnell zurück diese rüstung weil die will ich wie immer in meinem lager haben also es gab ein paar beschwerden über die betten situation da ich mir gleich an mensch tragen zu viel brauchen nur ich mir mal den fusionskern danke du erinnerst mich an einen jungen mann sechs fusionskern dabei das kann ja nicht sein abc die f hier fusionskern alle sechs sektoren weil der bisserl angefangen ist so dann sortieren wir hier nach gewicht ach so halt allererst müssen wir hier den gesamten schrott einlagern sonst finde ich den ja nämlich auch wieder und dann müssen wir hier nach gewicht sortieren und dann gucken wir mal eine gehärtete kampflinte die brauche ich jetzt erstmal nicht mehr jetzt ich wollte eigentlich noch ein bisserl was basteln die plasmapistole weg maß mal ab eine rohrzange die ganzen luca colas das kies und wodka das schwere fleisch das messer brauche ich auch nie wieder das kann auch erstmal weg impulsmine kryo mine molotov granaten rohes fleisch brauche ich nicht ich bin da granaten bin ich so der granatentyp irgendwelche tantos zuckerbomben das müsste ich erst reinigen das sind irgendwelche drogen noch mehr drogen pilze drogen karotte drogen das ist alles roh das halstuch brauche ich nicht den süßkuchen brauche ich nicht so ich habe beschwerden über die bettensituation warum ich habe 18 betten für 14 leute ich kann mich gleich über deine bettensituation kate hey bereit wieder aufzubrechen na definitiv bereit gut dann mal los hier muss ich gleich mal hart speichern kate ist wieder da hey ja ich glaube schon wenn ich aufstehe sage ich mir du musst einfach nur den tag überstehen beste so und jetzt ist ja nicht von wo wir gerade kamen wir wollten gerade hier unten durch ah hier genau an dem schrottplatz waren wir gerade big johns schrottplatz und daraus laufen wir dann auch weiter ist bestimmt noch jede menge zu entdecken nicht dass das wichtig wäre was ist das denn für einer wenn du einen kampf beginnst den du nicht beenden kannst steck deine waffe weg es besteht eine geringe chance wo ist das denn gegner äh kann ich mich aber schießen lassen laden das ist ja beide variante einfach mal laden und zurücklaufen genau und auf in die richtung meine meine brüder sind ja gerade gelandet das ist ja auch ein garner das ist ja auch ein garner legendärer garner wo ist er denn nicht und er sieht man leider ganz schön schwer wer eigentlich feindlich ist immer diese legendären lederrüstung die geben das auf die eier wir haben ja hier ganz schön was aufgeräumt was liegt hier so ein kampf hier wer kleine tankstelle hier kein loot genäßwerter das war nicht übel scheiß auf den werkzeugkasten ja das gehört ja alles mit zu den ihrer bastion alter da war ich doch froh dass ich doch noch mal hier war und haben sie noch ihn weggeputzt alt munition ohne ende sehr gut wir können wieder aufbrechen wird die bird sorry tut mir so leid das triebwerk wegen mir ein bisschen kaputt naja kate kate noch nicht schon wieder jetzt obergelehrter der bruderschaft den habe ich sogar ich erschossen jetzt da ist mensch du warst du denn schon wieder macht eben nichts als angst hier ich speichere noch mal wir sind eh am ende der folge ja auf geht's richtung leuchtenden strand mit euch gemeinsam macht's gut bis zum nächsten mal schau